Hallo und herzlich willkommen zurück bei FiliBiest Unleashed mit dem Kaumenden Drück Von dem Chris, der nicht Uhr gesagt hat Ach stimmt Aber du hast dran erinnert, scheiße stimmt, ich hab echt kein Uhr gesagt Schäm, guck dir das an Ich sagte doch, es gibt sauren Regen, wenn du scheiß Takun Hör am Arsch, Mann, ey Das ist alles deine Schuld, das werden wir mit sauren Regen verletzen, alles deine Schuld Ah, Hilfe, Hilfe, Nein So ätzend Du bist auch ätzend Danke Gnab ich das nicht? Obwohl doch, du bist automatisch ätzend, tut mir leid Das passt nicht Ja Schön, dass du es einsiehst, Kai Schön, dass du es einsiehst Ich geh mich umbringen Quest geh ich schon halten, Stuhl und Strick Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh Kay, vergiss dich nicht, das Suicide Safe System wird dich aufhalten Neiin, warum das denn? Nein Es gibt keinen Willen, keine zu retten Das Suicide Safe System ist bewaffnet für alles Und selbst wenn du versuchst, das Suicide Selbst System abzuschalten, selbst darf er, das Suicide Selbst System, ein Unfallplan! Es tötet dich! Genau, genau, tötet dich! Wenn du versuchst, das Suicide Selbst System abzuschalten, dann wirst du beim Suicide Selbst System angebracht! Gat, ey, voll die Logik, ey ey! Joi! Jetzt haben wir den Leuten gesagt, wie sie sich umbringen können. NOOOOOOOOOOO! Das ist scheiße, das ist wie das Suicide Selbst System überarbeiten! Ja, genau. Du kriegst einfach nur einen strumschnackenfesten Umwacht, aber du stirbst nicht. Das töte deine Angehörigen. Äh, äh, äh. Du kriegst uns eine gesamte Familie um. Genau, Alter. Aber du lebst dann mit deinem Schock, dass du deine ganze Familie umgebracht hast. Ja, und wenn du deine Gedanken bist, du kannst dich ja nicht aufholen, weil du denkst, du hättest deine Familie umgebracht. Ja, ich hab jetzt voll irgendwas verstanden von allen beiden. Du manipulierst deine Gedanken und dann, also es wird erst deine Familie und dann manipulierst deine Gedanken und dann denkst du, dass du deine Familie erschossen hättest. Boah. Alter. Haben wir noch Sprus? Ah ja, hier. Sprus, Wut! 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 Wut, Wut, Wut. Ey, Kai, ey. Kann es ein bisschen, kann es sein, dass Bären etwas backen? Was backen? Und kann es sein, dass die Bären ein bisschen federhaft sind, das heißt, dass man Bären essen kann, auch wenn man keinen Hunger mehr hat? Nee, dass du überfrisst dich dann mit den Bären. Ja. Irgendwann sagt der, ne, jetzt bin ich voll, ey. Das ist kotzig. Du kannst ihn weiterfressen, bis deine Hungerleiste, dass du nicht die durchsichtige Hungerleiste voll ist. Weil du hast ja noch eine durchsichtige Hungerleiste. Das heißt, ich kann die weiterfutter und dann, glaube ich, hält mein Hunger länger durch. Ja, genau. Aber die Bären bringen nicht so viel an Hunger, generell. Ja, stimmt. Da geht der Hunger schneller runter, wenn du Bären frisst. Deswegen habe ich mir auch Kartoffeln gemacht. Das heißt, Kartoffelfresser. Wir haben aber nicht mehr so viele, die brauchen wir noch, um wieder nachzuzüchten. Ne, ich weiß, leider. Ich bin eh schon dabei, Kai. Oh, ich habe den Fluss geöffnet. Der Fluss des Lebens. Ja, wollte ich gerade sagen, ey. Hm. Klickt nach 42. Hä? Der Fluss des Lebens klickt nach 42. Schon irgendwie. Der Fluss ist voll 420. 420? Ja, 420. Die Meme-Zahlen der Stones-Zahlen. Jetzt ist der Kai, hä? Was lebt der? Ja, aber wirklich. Ja, Kai. Du bist halt... GAY! Ha! GAY! Ich habe so Probleme, Alter. Ich bitte euch verhängen. Danke, danke. Du warst mit dem Versuch. Das Suicide-Safe-System hat uns aufgehalten. Genau. Dann schalte ich es ab. Geht nicht. Dann töte ich es deine Familie. Es gibt kein Protokoll dafür, wenn andere es abschalten. Klar gibt es. Dann töte ich die Familie von demjenigen, der... Es töte immer die Familie von demjenigen, der versucht, es abzuschalten. Dann töte ich euch. Das ist kein Suicide. Ja! Aber Suicide-Safe-System hat ein Bonus-System, das auf jeden tötet, der versucht, dich umzubringen. Nein. Nein. Es ist ein Suicide-Safe-System. Es savent nur gegen Suicides. Stimmt. Das müssen wir überarbeiten. Stimmt. Scheiße. Das ist ein Suicide-Safe-System. Nein, du bist hässlich. Ihr geht jetzt auf hässlich. Hässlich. Hässlich? Was ist denn das? Ist das ein anderes Wort für Christian? Ist das ein anderes Wort für Christian? Kann man so sein. So ein Arsch. Oh, ich weiß, ich werde ihn jetzt töten. Ey, lass mal ey, du Wichser. Lass mal. Erschloch mein Ey, du. Erschloch. Ey, du bist das so ein Erschloch. Ey! Das hast du verkackt Kai, toll. Danke. Kai der Verkacker! Oh mein Gott, der Kai hat einen Stern. Oh, dieser scheiß Creeper, ey. Diese scheiß Griefer, ey. Ohne Müll. Ohne Müll. Alka, jetzt verpiss dich, du Wichser. Häng dich auf. Okay. Deaktiviert. Deaktiviert, hier ist die Möglichkeit. Es wäre sehr verboten, wenn du nebenbei noch ein bisschen Steine farmen könntest, die reichen. Äh, ich wollte jetzt eigentlich an dem Weg weiterbauen, bin ich auch grad dabei, kann ich grad nicht. Wir brauchen mehr Stones. Hinter dir ist ein Zombie, Chris. We need more Stones. Kai ist kein Traitor, er hat mich gewarnt. Obwohl. Er kann ein raffinierter Traitor sein. Kai ist Traitor. Oh, scheiße. Super Traitor. Ich bin kein Traitor, I'm an E. Detektiv09. Innocent. Ja, ja, der Regen ist wieder da. Der Regen. Ja, ich ist echt. Das ist echt. Christusack. Warum musst du nur die Umwelt verpesten? Sauberring. Mein Atomkraftwerk ist voll sauber, Mann, ey. Das tut nur die Welt verpesten jede Woche. Was ist los mit dir, Mann, ey? Was ist los? Enderman wieder mal am aufspasten. Danke. Bitte einmal Enderman. Danke schön. Zum Mitnehmen oder zum Hieressen? Zum Hieressen. Oh, ne. Das ist ausverkauft. Wir haben keine Sitzplätze mehr, Mann, ey. Tut mir leid, da muss sie töten. Ich bin nämlich tutaj, doch. Nein. Ja, la, 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 la. Na. Na, 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 na. Gibt's denn nicht irgendwie so Tarots, die auch, ähm, ja genau, gibt's nicht, die auch nur gegen Monster gehen? Beschließen die dich nicht auf, wenn ich die hinstelle? Ohne Müll die ganze Zeit Monster, ey, das kotzt doch so an einfach. Dann leuchte aus. Wollte ich auch grad sagen. Das ist zu faul. Dann beschwere dich nicht. So viel Erde, ich hab so viel Erde. Dann, wenn du so viel Erde hast, dann könntest du doch auch gar nicht mal anfangen, den Fluss ladig zuzubauen. Ja, aber dann würde ich euch doch helfen. Boah, das war doch die Straftat. Ja genau, Christian, du hättest ja auch die Hände zu her. Wie ein Attentat, ey. Kein Attentäter. Kein bisschen Traitor. So mit mir, ich würde sagen, kein Traitor. Hä? Hä, was wollt ihr? Ich bin doch kein Traitor. Boom. Nein, warst kein Traitor? Oh, da war noch meine Bombe, das tut mir leid, ich bin ja nicht mehr da. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Er explodiert so eine Bombe. Boom. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch. Oh nein, schon wieder hat ihr mal nie überlebt. Meine Bombe sind so schlecht. Die gehen nie durch. Aber wir brauchen echt neue Maps wieder. Das ist... Was ist das mit neuen Maps? Neue Maps für TTT. Äh, nein. Alter. Du musst dir eh noch Team Fortress holen oder so. Was, Team? Team Fortress? Ja, dass die Maps nicht bei dir so rumhängen, weißt du? Ich habe Team Fortress bereit. Hast du auch den Haken unten bei Extraspiele angemacht? Hä, Extraspiele? Ja, deswegen geht es bei ihm nicht. Kein Wunder, ey. Wenn du Dings offen hast, ist unten rechts so ein Controller. Da kannst du das öffnen und da kannst du dann bei Spielen, die du installiert hast, Haken anmachen, dass die verwendet werden. Hm. Wieso das hier? Wie? Ah, dann wäre es. Oh, bei mir klingelt es. Wer ist denn das? Egal. Das ist bestimmt ähnlich, finde ich. Oh, das ist meine Nutte, die ich bestellt habe. Scheiße. Hast du keinen mehr im Keller? Hm, ne, da ist nur noch deine Mutter. Wer redet mit dir? Deine Mutter. Ich glaube, beim Chris ist gerade jemand reingekommen. Ne, ich gucke halt aus dem Fenster, wer das ist. Das ist eine Nonne. Das ist eine Nutte? Ne, eine Nonne. Das ist das Gegenteil. Oder ist das das Selber? Nein, das ist das Gegenteil. Was? Das ist ja mal keine Kekse. Was? Töne den. So zieht man Hendrik auf seine Seite. Okay, jetzt ist doch keine Nutte, glaube ich. Aber die sind nicht Nutten, ey. Alter, die sollen sich verpissen gehen. Genau, ey. Ich stimme doch nur Nutten an, Alter. Was ist los? Chris hat wieder psychische Probleme. Wie? Immer noch. So besser, Hendrik? Ist so leise hier. Können wir mal schlafen gehen wegen dem Regen? Äh, Chris mag doch sauren Regen. Aber der tut so weh. Mir wurscht, wenn Herr Ruhl bin ich, ich kann nicht sterben, ich bin der Oberlord. Der Oberlord. Du hast einen Anzug an. Oder das ist der? Das ist wirklich ein Anzug, der ist jetzt you. Sonst müsste der Amor heißen, wenn es Rüstung wäre. Du hast einen Anzug. Wow, you don't say. I have say. Wow. Oh mein Gott. Ja, das gesagt, jetzt, S, gesagt. Was hat ich gesagt? S. Was ist S? S ist S. Oh, wie süß. Ein Creeper. Die Creeper-Musik. Bestimmt, ein Creeper-Metal. Wahrscheinlich. Der Beat-Mix, ey. Der Creeper. Die Creeper-Beat-Mix. Der Creeper ist bestimmt nur ein Beatboxer. In Wirklichkeit will er dir gar nicht durch den Luft sprechen, sondern er will eigentlich nur sein Beatbox können. Und er will sich vorbeistellen, aber da ist es leider immer so mit so einem nebengeheben. Ich habe hier den Berg schon ein bisschen abgegraben, damit er hier nicht über den Weg überlappt, wollte ich nur mal sagen. Alter, die Viecher hängen ein bisschen. Die sind hängen geblieben. Du hast auch einen Kopf? So wie du im Kopf? Ich will keine Erde mehr aufnehmen, Chris. Nein. Dadada da 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 da. Ist das voll. Ja, bin ich. Verbau die Erde mal. Ja. It's suicide time! Deist du jetzt ja jetzt save system. Ich gebe die Holz, das kannst du ... Kai hat Sterne, wir müssen uns alle umbringen. Dann kannst du mir helfen. Ich gebe die Holz, dann kannst du mir helfen. Aber ihr hat Sterne, wir müssen uns alle umbringen. Oh nein. Nein, ich mach grad meine Erde, die ich bekommen hab. Ihr habt Kugel Willi. Kugel Willi? Ja, von Super Mario, von Mario Karton. Von deinem Vergete Willi. Boah, ohne Müll die ganze Zeit, diese Scheiß-Monster, ey. Kotzt das sich an, Mann. Nee, nee, Chris, ich hab ne... Ich bin... Ich bin nicht up-to-date, ich hab Kettenhund. Warte mal, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn das heißt, Let's play für die Biest anliegt. Mit mir, dem Christian, mit keinem Hendrick. Tschüss! Tschüss!